Sie kennen niemanden aus Ihrer Familie, Bekannten oder Arbeitskreis, der es verdient hat, am Telefon auf die Schippe genommen zu werden? Sie möchten sich gerne rächen oder haben noch eine offene Rechnung zu begleichen? Vielleicht, weil dieser liebe Kollege, Freund oder Partner Sie oder andere Leute ab und zu mal veräppelt, dann sind Sie bei mir an der richtigen Adresse. Schönen guten Tag, mein Name ist Christopher Deff, Moderator der Sendung Radioaktiv bei Radio Klinik Funk und ich bin das verrückte Telefon. Haben Sie keine Angst, nehmen Sie Kontakt mit mir auf, wenn Sie jemanden kennen, der es verdient hat. Bewerben Sie sich, das Ganze geht so, eine E-Mail schreiben an christopher.nef.klinikfunk.de, den Rest klären wir dann gemeinsam. Wir hören uns, vielen Dank.